Der wird jetzt aufgeladen, dann kann er sich um den kümmern. Ach ne, da hab ich ja jetzt den anderen schon hingeschickt, oder? Okay, ich blick nicht mehr. Äh, Notarzt, wo gehst du hin? Was löscht ihr eigentlich einen Baum? Der brennt doch gar nimmer. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Im Morgensier 5. So, dieser Notarzt, ach der muss jetzt erstmal wieder hinten zu seinem scheiß Kofferraum. So, ähm. Ted One LL hat, glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig lese. Ich kann das nicht so genau lesen, weil das ist ein komischer Name. So, dann mach mal den hier. So. Äh, warum liegt denn der hier? Ach so. Ah, habt ihr es gesehen? Der Stein war gar nicht da. Jetzt ist er doch da. Naja, okay, den musst du ja auf jeden Fall machen. Und, ähm, ihr Okay. Definitiv aussteigen. Bin bereit. Und der hier kann ja schon mal da reinhalten, ne? In Ordnung. So, der hat sich da ein bisschen, ein bisschen verfangen. Aussteigen. Jawohl. Totaler verfangen hier. So, okay. Pause. Ich frag mich, oh, das zündet jetzt schon. Seht ihr das? Kann man das überhaupt löschen? Das geht anscheinend gar nicht, ne? Erwarte Befehle. Und jetzt der Kasper sich einen Schlauch holt. Ne, alle Kasper holen sich einen Schlauch. Höre. So. Zu Befehlen. Ja, bewegt euch mal. So, und die da, die können sich auch gerade noch einen Schlauch holen. Ne, warte mal. Das Fahrzeug, kann der hier jetzt vielleicht kühlen? Kann ich kühlen? Das geht nicht. Ich habe das Gefühl, dass man das überhaupt nicht beeinflussen kann. Zu Befehlen. So, die holen sich jetzt alle Schläuche. Wo lauft ihr denn hin? Das ist doch bescheuert. Da ist doch, da ist doch, hallo, da sind doch Hydranten. Was macht ihr denn? Wo laufen die denn hin, die Arschgesichter? Wo fährst du denn hin? Oh, das regt mich auf. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Du sollst doch gefälligst da rüberfahren hier. Du hast doch hier einen Job. Ja, aber warum laufen die denn alle da außen rum? Freunde, ihr seid doch bescheuert. Da habe ich doch extra Leute. Das check ich nicht. Das ist mir jetzt echt zu hoch. Warum rennen die da hin? Warum? So, ich laufe jetzt mal da. So, aber habt ihr Bock auf Joggen oder was ist los hier? Könnten wir mal alle am Arsch hier. Das gibt es doch nicht. Ja, ist ja gut, aber man, wie soll ich denn den... Oh, das sind solche Äthioten. Ja, komm, mach, steig aus. Oh Mann, ey, doch alle... Doch, alle normal, ja. Raus. So. Alle drei. Löschen. So, jetzt haben wir hier ein kleines Gedränge. So, stopp. Erstmal alle aussteigen. Alles klar, bin bereit. Alles klar. Bin bereit. Bin bereit. Aber warum die da außen rumlaufen, ist mir ein absolutes Rätsel. Das ist ja echt zum Kotzen, ey. Meine lieben Freunde. Wie soll ich so arbeiten können, ey? Mit lauter Idioten hier. Ja, die können jetzt gerade noch nicht behandelt werden, wahrscheinlich, weil, ne, ist ja klar. Dann muss jetzt erstmal der Notarzt, der eine Notarzt, der muss jetzt erstmal da noch aushelfen. Hörer. Hilft ja nix. So. Können wir dich mal um den hier, der hat eine Magenverstimmung. Fliegerbombe ist entschärft. Ja, in Ordnung. Kann sich verpieseln. So. Die löschen hier so ein bisschen blöd rum, aber auch nicht richtig irgendwie, ne? Was geht's? Höre. Hier soll der löschen, da brennt's doch. Warum löscht ihr hier? Das ist mir jetzt echt so hoch. Bin bereit. Ach, jetzt doch dann, ja. So. Ihr sollt da löschen. Ach so, es ist schon gelöscht. Ach, jetzt ist Feuer aus, oder wie? Hä? Das soll alles gewesen sein? Ja, egal. Komm. Kümmer dich mal hier um. Jawohl. Den hier. Da steht schon einer blöd rum, hat nix zu tun. Da kann er auch mit anpacken. Ist das Feuer jetzt gelöscht? Bin dabei. Ja, ich bin auch dabei. Dreh gleich durch, Leute. Einige Opfer wurden von kleineren Trümmern verschüttelt. Ja, mach ich doch schon, Mann. Siehst du nicht, dass ich hier arbeite? Danach können wir die Verletzten versorgen und abtransportieren. Das geht's ja nicht, ey. Okay, so. Ist der jetzt da schon rausgezogen oder nicht? Bin bereit. Bin dabei. So, zieht er jetzt raus. Der Stein ist überhaupt nicht da. Der ist weg. Erwarte Befehle. Ja, ja, mach die. Komm, komm. Notarzt. Hier, hier. Verstanden. Das ist ein totales Chaos hier. Ich darf nichts hier. So, jetzt schaue ich hier nochmal. Was macht ihr? Ihr löscht inzwischen, oder? Ja, wenigstens das tun sie. So. Und die hier stehen alle blöd rum, weil es brennt hier nichts mehr. Heißt das jetzt, dass diese verfickte scheiß Gasflasche hier... Höre. Ich kann die auch nicht kühlen, ne? Das geht nicht. Kann die einer wegtragen? Die hat schon gebrannt, die ganze Zeit wahrscheinlich, ne? Oh Mann, ey. Was ein Stress. Okay, ähm... Der hier steht ja schon bereit. Da ist ja alles gut. Und, ähm... Hier ist alles gelöscht. Dann können wir eigentlich mit dem Heini... Okay. Gleich darüber fahren, weil wir brauchen ja die Axt. An der Tür. Zu Befehl. So. Da kann er mal alleine darüber fahren. Die haben... Keine Ahnung. Nichts zu tun. Die könnten aber damit mit Löschen helfen, noch, ne? Theoretisch. Verstanden. Alles klar. Die sollen mal da noch mit Löschen helfen. Kommt, ihr habt nichts zu tun. Was geht's? Geht löschen. Wollen wir mal Gruppen... Das geht wieder nicht, ne? Die gehen wieder unabhängig voneinander nicht. Oh Mann, Freunde. Was geht's? Wird gemacht. Zu Befehl. So. Ich bin bereit. Ihr könnt auch noch mal mit löschen. Jawohl. Alles klar. Dann haben wir den Baum im Griff. So. Brennt's hier noch... Leck mich am Arsch hier. Verkackte Scheißding. Wir haben ein brenntes Fahrzeug gelöscht. Jetzt sollten wir den Fahrer mit Hilfe einer Rettungsschere befreien. Diese Aufgabe kann von einem Feuerwehrmann übernommen werden. Jaja, ich brauch's erstmal ne Pause. So. Wir brauchen den Mann mit der Axt. Nein, wir brauchen erstmal den Löschheini. Wo ist denn der jetzt? Äh... Der ist hier. Der kümmert sich jetzt da drum, ne? Macht der das selbstständig, oder? Ja. So. Der hier kann schon mal aussteigen. Ja. Kann der nicht aussteigen, weil er löschen muss, oder was? Okay. Doch, kann er. Du musst es doch. Nimmt der Axt. Und ich drück ne Pause. So. Brennendes Fahrzeug gelöscht. Das heißt, wir können da drüben auch weitermachen, ne? Ah! Mein Stress hier. Mein Stress! So. Hier brauchen wir jetzt... Rettungsschere. Zu Befehl. Höre. Und... Rettungsschere. Wird gemacht. Okay. So. Was machen die Notärzte hier? Ähm... Steht noch einer irgendwo blöd rum? Das ist jetzt wieder die Frage. Also der macht... Der repariert grad den hier. Der hat den noch nicht rausgezogen. Ganz toll. Mach das mal fertig. Komm. Kein Problem. Ja. So. Wo sind die anderen Notärzte? Erwarte Befehle. Der ist da. Der kann jetzt darüber. Zu dem Heini. Äh... Zu dem Heini. Kann er grad noch nicht. Der muss noch zurechtgeschubst werden. Jetzt kann er da hin. Nee, kann er immer noch nicht. Moment. Das gibt's doch nicht, oder? So ein Scheiß. Du bist doch fertig, oder nicht? Hallo. Ja. Bist fertig. So. Kann sich jetzt auf den kümmern. Sofort. Der kann heimfahren. Stört ihn nur. So. Und jetzt... Haben wir das Problem. Jetzt müssen wir... Genau. Jetzt können wir hier... Die hier... Was geht's? Die können mal den ersten hier abholen. Zu Befehl. So. Die hier müssen noch rausgeschnitten werden. Und der andere Typ mit der Axt muss da drüben noch die Tür einhauen. Kann er das schon? Oder muss man da noch warten? Wo ist denn der? Hä? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Hallo? Was geht's? Der ist weg! Das ist... Das ist ein Deserteur. Ein Deserteur ist das verflucht. Äh, ja. Ich muss jetzt leider mal kurz ne Pause machen, weil... Ich hab wie immer mein alkoholfreies Bier getrunken und das muss ich tierisch pinkeln. Und da muss ich mir noch einen Überblick verschaffen. Ihr bleibt dran, ne? Ihr geht nicht weg. Ähm. Ihr geht nicht weg. Es gibt ja noch zwei Spiele zu gewinnen, ne? Ihr habt doch keine Wahl. Ihr müsst da bleiben. Ich bin doch gleich wieder da. Ich bin ein. Ich bin wieder da. So. Folgendes. Ich möchte jetzt ja eigentlich noch eine Merchandise 5 verlosen, ne? Während ich mir die Fragen überlege und die in den Chat rein tippe, könnt ihr mir bitte mal schreiben, wie ich zum Beispiel jetzt konkret meine drei Notärzte, meine drei Notärzte konkret, wie ich die finden kann. Weil ich, äh, ich blick das nicht, ne? Also ich weiß zwar, da stehen jetzt die Autos, aber die latschen ja alle irgendwo dagegen drum. Wie kann ich die konkret irgendwie finden? Das würde mich mal interessieren. Das schreibt mir bitte in den Chat rein. Ich überlege mir gerade noch eine Frage. Damit war das dritte Emergency 5 hier noch loswerden. Weil ich, ich weiß jetzt nicht. Also der hier ist ja, genau. So. Da habe ich jetzt irgendjemanden hingeschickt. Da steht ein Notarzt rum. Ach so, der hat das wohl offensichtlich auch schon bedeichselt. Ne. Moment. Kurz mal. Der steht ja nur faul rum. Was geht? Der wird jetzt aufgeladen. Dann kann er sich um den kümmern. Ach nee, da habe ich ja jetzt den anderen schon hingeschickt, oder? Oh Gott, okay. Ich blicke nicht mehr. Äh, Notarzt, wo gehst du hin? Was löscht ihr eigentlich einen Baum? Der brennt doch gar nicht mehr. Ich schicke den jetzt mal hier hin. So, jetzt habe ich das Problem. Wo ist denn der Axtein hier hin? Der versteckt sich doch irgendwo. Ah, da hocken drei drin. Raus! Alles klar. So, einer von denen wird jetzt sich eine Axt schnappen. Ja. Wird erledigt. Und einfach hier so eine Kacktür einhauen. In Ordnung. Einfach mal so auf Verdacht, weil ich weiß ja, dass das nötig ist. So, Pause. Ich weiß jetzt nicht, es brennt nirgends mehr, wenn ich das richtig sehe. Man weiß das bei dem Spiel ja nicht so genau. Ähm. Wir haben immer noch 250 Zuschauer. Ich bin erschüttert. Also alle, die noch neu dazugekommen sind, super. Geil. So, jetzt warte ich hier noch, weil da kommen jetzt auch dann gleich die aus dieser... Ach, warte mal, habe ich den schon rettungsgeschert? Ja, der wird auch schon rettungsgeschert. Die sind unterwegs, die sind unterwegs. Der holt jetzt den ab. Oh, da ist auch einer fertig. Dann schicke ich den mal in diese Richtung. Ah, dieses Gelösche da, das geht mir ja total auf den Sack hier. Naja, soll sie halt löschen. Das ist eher Bäume gießen gerade, ne? So. Kann mir jemand erklären, warum diese scheiß Feuerwehrleute vorhin komplett außenrum ums... Was, wo läufst du denn rum? Ach du Scheiße. Der Rettungstransportwagen bringt den Aufwand zur Krankenstation in der Basis. So, mal sind die schon abtransportierbar? Ah, wie finde ich die einzelnen Einheiten? Das ist ein bisschen ein Rätsel für mich, ganz ehrlich hier. Ich schaue mal, ob ihr schon was reingeschrieben habt. Es gibt links unten in der Leiste Feuer irgendwas, Feuerwehrmann und Fahrzeug. Und es ist Feuerwehrmann, der zeigt dir dann, wo alle sind. Ah ja, ich muss noch eine Frage stellen, ne? Ähm. Mir fällt gerade keine ein. Ich habe... Ach, aber da ist der Notarzt auch schon da. Das ist gut. Der hier wird noch repariert. Der hier ist schon weg. Die müssen auch noch abtransportiert werden. Aber wie finde ich jetzt hier meine Rettungssanität? Aber sind die alle unterwegs wahrscheinlich, ne? Ach Mann, ey. Ich will doch nicht, dass die alle wieder sterben. Und dass ich dann jetzt im letzten Moment wieder scheitere. Das ist ein total unübersichtliches Zeugs hier. Da liegt auch wieder einer. Wo ist der andere Notarzt? Der macht hier. Der zweite macht hier. Und der dritte. Kommt gerade hierher. Genau. Wer kann sich jetzt mal um die hier kümmern noch? In Ordnung. Halt, das Gelösch geht mir auf den Sack. Komm. Steig ein. Erwarte, bitte. Und ihr drei blöden Männer könnt auch in euren blöden Rüstwagen wieder rein. Wo ist denn der überhaupt? Dann geht es.